Chris Dayen Ferrer ist ein mexikanischer Schauspieler. Er gilt als das aufstrebendste Talent des mexikanischen Kinos. Seit 2001 ist er als Schauspieler tätig. Zunächst vor allem in Werbespots in Mexiko und den USA zu sehen, wurde er von dem Sender TV Azteca als Darsteller für diverse Serien engagiert. Zum Beispiel für die Serie Elopuue Colamos los Mulieres. Es folgten auch zahlreiche Engagements für das Theater in Mexiko. Als Filmschauspieler hat Ferrer in einigen Kurz- und Langspielfilmen in Mexiko, den USA und sogar Deutschland mitgespielt. In Deutschland wurde er bekannt an der Seite der Schauspielerin Ingeborg Schöner in dem Film Guten Tag Ramon, einem Film, in dem ein junger Mexikaner Arbeit und Glück in Deutschland sucht. Auch spielte er in den USA in einem Film an der Seite von Tim Roth. Filmografie 2007 Species IV Das Erwachen 2009 Sin Nombre 2013 Los Horasmortos 2013 Guten Tag Ramon 2015 600 Melas 2020 Los Horasmortos Untertitelung des ZDF, 2020